... ... ... Vertrauensarbeit machen, hören, wo die Probleme der Menschen sind, die Menschen abholen, da, wo sie mit ihren Sorgen sind, in der Spitze mehr Einigkeit und Gemeinsamkeit, die eigene politische Leistung nicht überdecken, durch das, was an Personalquerelen in diesem Sommer so üblich gewesen ist. Da hat die Spitze, die Führung der Partei eine große Verantwortung, da steckt natürlich auch ein Stück Ärger der Mitglieder im Augenblick. ... 9. Oktober gefeiert. Jeden Tag... ...Oskar und all den anderen... ...für einen... ...zum Thema der Arbeitslosigkeit unsere Vorstellungen vorgetragen hat. ... Ich bin froh, 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 ich bin froh. Ich war hier mit dabei, mit dem Sommer am letzten Abend unseres Besuchs, bei ihm, in der Augenzeile des Hauses, dass wir noch einmal spontan, wissen wir gemeinsam, dass diese untute Diskussion durch die SPD so schnell wie möglich verendet wird. Applaus 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 If there is any content to the personal disagreements, Then it is the different emphasis on topics. Schröder stands for economic questions as of central importance. Sharping for the loftier, well, new politics kind of themes of the politics in the US that began with Carter, has been continued with Clinton in a way. The emphasis would not be so much on personalities if there were clear-cut goals to strive for.